Kaffee Stopp Kaffee Stopp ist in erster Linie eine Kaffeerösterei mit dem Fokus natürlich auf Röstkaffee. Das heißt bewusst Kaffees zukaufen, Kaffees rösten und Kaffees ausschenken. Meine Liebe zum Kaffee habe ich entdeckt durch die eigene Zugereitung zu Hause. Und daher kam ich dann auch auf den Weg des Kaffee Rösters. Es war eher ein langer Prozess, der mich zum Rösten getrieben hat. Die perfekte Röstung gibt es nicht. Es ist ja die Gesamtheit der Röstung. Den Kaffee auf eine bestimmte Stufe zu schieben oder mit einer Röstung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, das ist das Interessante. Mit jedem neuen Kaffee steht man vor einer Herausforderung. Es ist tatsächlich so. Das ist immer das Spannende, das Ergebnis. Wir wollen ein Aha-Erlebnis beim Kunden erzeugen, welches er mit einem Kaffee wahrscheinlich noch nicht gehabt hat. Wir wollen ein Aha-Erlebnis beim Kaffee. Wir wollen ein Aha-Erlebnis beim Kaffee. Vielen Dank.